Suntay, sei ganz herzlich begrüßt zu diesem aktuellen Wochenreading, Wochenaufstiegsreading in dieser fast letzten Novemberwoche hier vom 21.11. Ja, wir haben sehr intensive weitere Prozesse, Energien sowieso, ganz klar und wir steuern auf diesen auch sehr hochenergetischen Dezember hin. Wir haben ja jetzt diese Woche, diese vergangene Woche, diese Finsternis gehabt, die Mondfinsternis, die partielle, am 19. am Freitag mit diesem Vollmond auf dieser Skorpion-Mondachse, also Stiermond und Skorpion hatten wir ja noch die Sonne, jetzt wechseln wir ja in das Schützezeichen, jetzt sind wir ja wieder ganz stark hier auch mit dem Galaktischen Zentrum und ja, diesen speziellen Zwischenebenen verbunden. Und das ist eine wichtige Zeit, eine sehr hochenergetische Zeit. Der Dezember wird auch sehr intensiv, auch astrologisch noch weiter sehr, sehr heftig, anstrengend, sagen wir mal. Ja, es geht weiter darum, hat ja so einen Höhepunkt zum, leider genau zum Weihnachtstag hin. Deswegen weiter besonnen bleiben, bitte im Herzen bleiben, nicht den Mut verlieren, auch wenn jetzt im Außen, gerade hier in Deutschland und Österreich, sehr scharf wieder dieses C-Thema mit allem drum und dran fokussiert wird und sehr starke Einschränkungen und eben Manipulation und wirklich hin zu dieser Impfpflicht in bestimmten Bereichen, was wirklich ein No-Go ist. Deswegen ist es wichtig, wir müssen immer noch erkennen oder uns daran erinnern, da läuft ja eine andere Agenda hinten dran. Die wird auch noch eine Weile laufen. Also ich hoffe auch, dass es diese, zumindest diese Themen sich im Laufe des nächsten Jahres bis 2023, also 2023 dann etwas beruhigt haben. Der ganze Prozess, was damit noch gekoppelt ist, es soll ja hier ein komplettes anderes Finanz- und Wirtschaftssystem eingeführt werden. Es wird vieles wirklich haarig werden. Deswegen immer schauen, nicht in die Angst gehen, aber vorbereitet sein. Ja, gucken, genau, was kann ich tun, wie kann ich mich einfach ein bisschen schützen und ein bisschen was parat haben. Gucken, genau, wo habe ich noch meine Finanzpolster. Also einfach da schauen, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke, jeder, der jetzt weiß, worauf ich anspiele, wird da drauf achten oder gucken. Dementsprechend für sich auch Schritte einleiten. Ganz wichtig. Das heißt nicht in die Angst, aber es ist einfach eine Zeit. Es ist die Zeit des Umbruchs. Da geht nichts mehr dran vorbei und es wird sehr schwierig, herausfordernd weiterbleiben. Der Prozess wird bis 2025 bleiben oder weitergehen. Viele verlassen inzwischen Deutschland, ja, wenn sie können, aber das heißt nicht, jetzt hier panisch zu werden. Es geht immer darum, wie verankere ich mich im Herzen und ich bleibe positiv und liebevoll und mit der Christus-Energie, die aufgestiegenen Meister, die Engel, die Sternengeschwister helfen uns. Die pleiadische Energie wird jetzt und im kommenden Jahr ganz massiv werden, weil wir nächstes Jahr viel die Finsternisse in diesen Bereichen haben, auch mit Stiersternzeichen und alles, was eben mit den Plejaden ja hier integriert ist oder verbunden ist. Und auch so diese pleiadische Energie, es ist ein Teil unserer DNA, unserer Sternensaat hier für Gaia und sie kommen, sie werden sehr intensiv sein, um mit uns zu arbeiten und uns zu unterstützen, zu helfen. Also es ist wichtig, klar zu bleiben im Herzen, sich nicht Kirre machen zu lassen, ganz klar weiter bitte durchhalten, nicht sich dann doch noch letzten Endes kippen lassen, beeinflussen lassen, weil es ist ganz wichtig, es schwirrt sich weiter zu Spitzen, aber es ist eben weiter auch die große Herausforderung und Bereinigung, wie stark können wir wirklich in uns bleiben und unsere Schöpferkraft weiter erleben. Bitte denkt dran, eure Gedanken, euer Herzfeld bildet oder implementiert ein starkes Energiefeld. Und wenn wir ganz fest in unserer göttlicher Willenskraft, in unserer Ich-Bin-Kraft und im Herzen sind, dann kann uns nichts wirklich anhaben, ja, dann halten wir wirklich ein freies Feld, wo für uns, ich sage mal, alles soft verläuft. Ja, ganz wichtig, alle, die jetzt natürlich noch mal in diese Angstszenarien gehen und dann doch irgendwie, ja, diesem ganzen Zwang und Zwängen folgen, da wird es sehr, sehr herausfordernd, weil wir verlieren dann wirklich unsere Verbindung in unseren Glauben, in die Christuskraft, in das, was kommen wird. Ja, es wird natürlich schon weiter ein Aufstiegsprozess stattfinden. Aber nochmal, das ist nichts, was, wie gesagt, plötzlich geht, von alleine geht. Das ist ganz auch individuell, man kommt auf jeden Einzelnen an. Genau, ob wir standhaft stark sind im Glauben, im Herzen, mit dem Licht, mit den hohen Lichtfrequenzen arbeiten. Wie gesagt, es kommen halt auch ganz viele Frequenzen auf die Erde, um diese Schattenthemen und sehr dunklen Themen und eben auch dann hier die Agendas und Wesen, Menschen, Wesen, wie auch immer, auch praktisch mit involvieren und die auch jetzt natürlich dementsprechend in den Vordergrund treten. Und deswegen ist es wichtig, im Herzen zu sein, Anrufungen weiterzumachen, Gebete. Denkt daran, das Wort, das Wort ist der Anfang, die Schöpferkraft. In unserer DNA ist alles kodiert. Wir beeinflussen unsere DNA, unsere Zellen, alles, unsere Körper, Organe, genauso wie unsere Materie, durch das gesprochene Wort, durch das Gedachte und das gesprochene Wort. Es ist in unserer DNA verankert. Das ist von Wissenschaftlern jetzt auch bewiesen. Sie haben ja ganz viele Dinge aufgeschlüsselt. Genau diese anderen Anteile in unserer DNA, die da eben so unsichtbar und schlafend ist, dass die ganz wesentlich sind für diese Quantenräume und eben sofort anspringen, wenn wir in unserer Ich-Bin-Kraft sind und eben mit dem schöpferischen Wort, dem Wort Gottes und zwar in allen Sprachen, die es hier gibt, aktivieren können. Manifestieren, aktivieren, bereinigen, wenn wir es wirklich mit innerer Kraft und innerer Insbrunst tun, also wirklich aus dem Herzen raus, nicht nur so daher sagen, sondern wirklich diesen Glauben, die Kraft. Denkt daran, Erzengel Michael, wer ist wie Gott, Gott ist meine Stärke. Alle Erzengel haben ganz mächtige Namen und Energiesignaturen, die etwas Wichtiges bedeuten zu diesem göttlichen Willen, zu dieser Kraft. Und bitte, bitte jetzt, wie gesagt, auch wenn es jetzt sehr haarig wieder wird, sehr herausfordernd im Außen, durch dieses C-Thema mit allem Drum und Dran, nicht aufgeben, bitte. Wir müssen das Licht bewahren, unser Herz, unsere Herzenergie, unseren Herzenskompass und weiter uns natürlich immer täglich Energiearbeit machen für uns selbst und für die Erde und klar bleiben. Ja, der Dezember wird auch herausfordernd sein mit den astrologischen Konstellationen und wir haben ja hier große Tore, auch das 12-12-Tor, dann der 17. Dezember, an dem ich wieder noch ein Seminar gebe, ein Zoom-Webinar mit dem Galaktischen Zentrum, wo wir dann haben, der Tiefstand des Hunab-Kuh und da bekommen wir die Codes fürs neue Jahr. Das galaktische Jahr beginnt ja dann da jeweils und das kam diesmal wichtiger als jetzt die Sonnenwende am 21. Die ist auch wichtig, weil wir hier sehr viel über Gaia wieder informiert werden, aber zuerst spielt das Tor, das 12-12-Tor wird es öffnen und dann gehen wir zum 17. 12. hin. Wir haben dann glaube ich da auch nochmal, wir haben im Dezember ja auch am 4. eben ist ja partielle Sonnenfinsternis gleich hier, 4. Dezember mit dem Neumond und eben zum 17. hin ist dann, dürfte dann schon wieder der Vollmond sein darum, um den Dreh und Lilith ist dann noch am nächsten Tag, glaube ich, ganz wichtig, eine Lilith-Konstellation und von daher gerne sei dabei, du kannst das nachschauen auf meiner Webseite. 17.12. gibt es wieder noch oder noch ein Seminar-Webinar jetzt im Dezember mit Aufzeichnung. Und ja, der Höhepunkt mit der, also auch astrologisch gesehen, wird der 24. auch sein. Also es wird sehr heftig werden, auch wieder mit sehr vielen Themen, wo wir im Frieden bleiben müssen, ja, sage ich mal so. Aber nichtsdestotrotz, wir schaffen das, wir schaffen das und ich möchte jetzt auch hierfür weiter gerne mit dir zusammen mit dem Gaia-Kristall, mit der Gaia-Kristallsonne und dem Lichtstab, dem Lichtheilstab der Aktorianer eine Einschwingung machen, eine Aktivierung auch. Dann kommen wir in deine persönliche Botschaft. Es wird die Gaia-Sonnenkristalle, wird es jetzt auch im Shop geben, die sind hochenergetisch programmiert. Sie sind verbunden mit dem Kristallherz von Gaia und der Kristallsonne von Shambhala, die ja mit der Erde verbunden ist und wir bekommen dadurch ständig jetzt diese hohen Lichtfrequenzen und sie steht einfach für die Energie, die Christenergie, die Lichtfrequenzenergie, jetzt für die neue Zeit. Und du kannst es dann schauen bei mir im Shop, den Arcturius-Lichtstab, Heilstab wird es auch geben. Da wird noch die Symbolkarte dazu gerade noch gemacht und von daher kommt es alles und noch viel anderes dazu. Und die Monoatom-Andaras natürlich auch gerne schau. Du kannst hier schon mal aus deiner Botschaft wählen. Ich würde jetzt gerne einfach mal hier schauen in dieser Woche. Kommen schöne Lichtcodes herein. Ich spüre es schon, es kommt sehr viel Licht jetzt gerade rein. Und wir brauchen das auch. Ich habe hier die Karten. Das sind einmal die Sternentarot-Karten. Das Star-Tarot, was du hier siehst. Und hier, das sind die Engelkarten. Wenn ich sie denn gerade finde. Moment. Die Engel. Der Liebe ist es, glaube ich, hier das Karten-Set. Ich habe es jetzt gerade nicht zur Hand. Und wir haben hier für die persönlichen Botschaften das Lemura im Herzen Lemuriens. Orakel-Karten-Set im Herzen Lemuriens. Und das kann man ja hier über diesen Kopfsalat-Verlag bekommen. Und ja, und die Drachenkarten wollten mal wieder kommen. Die Drachenweisheiten. Und hier gibt es noch eine spezielle Sternenkarte für dich dazu. Und ja, dann schauen wir rein. Wir haben hier schon dieses grün-goldene Licht des Verstehens. Die Engel des Verstehens begleiten uns in dieser Woche. Und da gehört auch alles auf dem Smaragd-grünen Strahl der Heilung, der Fügung, der Führung mit dem goldenen Licht dazu. Dass wir jetzt mehr verstehen können, was passiert, auch auf innerer Ebene. Vieles wird sich jetzt so zusammenfügen. Also wir bekommen hier mehr jetzt ein größeres Bild jetzt auch von all diesen ganzen Dingen, die passiert sind oder passieren. Und auch hier ist es wunderschön. Wir haben sehr stark diese Lichtenergie, die Kelchenergie. Gleich zwei Kelchkarten. Nun schau mal, die weibliche Kraft. Wir haben hier den heiligen Geist, die Taube, die von oben hier. Die Krale füllt, die neun der Kelche und die drei der Kelche. Auch hier wieder die Dreifaltigkeit, die drei Aspekte der Göttin. Und dieses gemeinsame Miteinander. Es geht jetzt auch ganz viel um dieses Dankbarkeitzelebrieren. Die drei ist, drei und neun sind ganz wichtige und magische Energien und Zahlen, die eben mit dem Christuslicht zusammenstehen. Und der Gralsenergie, die drei ist ja die Verbindung und auch der Katalysator. Die neun, die ist ja dann die Vollendung. Und hier kommt ganz viel Segen. Wir haben ja auch die Lotusblüte und die Lotusenergie. Also nicht nur das Dankbarsein, wirklich jetzt auch mal eine Zeremonie machen. Ein kleines Ritual, wo du mit dir, für dich oder eben, wenn es geht, mit Gleichgesinnten zelebrierst. Das ist ganz wichtig, denn die drei der Kelche steht ja auch hier für das Miteinander, Zusammenwirken, eben der Katalysator. Also er verbindet auch Verbindungen, also fruchtbare Verbindungen und die drei Aspekte der Göttin. Also die Jugend, die reife Frau, Göttin und eben die alte Weise. Und die neun hier ist wirklich Misekina und auch hier Mutter Maria, ja, wo hier das empfängt, die dreimal drei. Die Friedenstaube, wie gesagt, der heilige Geist und bringt es hier hinein. Und hier ist ja ganz viel dieses Wasserelement auch, ja, diese Lichtcodierung, Emotionen, also auch eine Reinwaschung oder ja, an Erkenntnis, eine Vollendung jetzt von all diesen sehr, ja, emotionalen Themen auch. Aber hier geht es auch um Fülle, um Reinheit, um Frieden, um Miteinander, Fürsorge, ja. Also ganz klar diese weibliche Energie, die Göttinnen-Ecke-Energie. Also ich finde das sehr, sehr schön und das heißt auch eben, dass wir jetzt in dieser Woche hier einen Zustrom von dieser Kraft bekommen. Und es kann durchaus sein, dass das eben schon diese pleiadische Energie ist, die hier reinkommt, ja. Und eben in Verbindung mit der Gaia-Frequenz, die sich jetzt ja eben immer mehr erhöht und auch ausrichtet an höhere Dimensionen. Und ja, ich bin auch gespannt. Es ist jedes Mal immer wieder auch, wo sich jetzt Aspekte öffnen, ja, auch Seelenaspekte. Hier geht es ganz viel jetzt auch um unser Seelenbewusstsein, ja. Wehrbereit ist natürlich und das bedingt eben, dass wir mehr verstehen, also auch dahinter schauen, was da jetzt abläuft. Nicht alles, klar, ist uns jetzt im Moment offensichtlich, oder ist offensichtlich, aber mit unserem Herzen und mit der geistigen Welt, wenn wir uns verbinden. Und immer wieder mit Gaia ausrichten, mit der neuen Erde, mit diesem Prozess, wo es für uns hingeht, in die lichte Energie, nicht in diese dunkle Energie, diese andere Agenda, was da läuft, ja. Werden wir mehr Informationen bekommen und mehr verstehen können. Und das ist es, im Herzen ausrichten, in der Dankbarkeit, in Segensenergie kommt mir hier auch. Also ganz viel Segensenergie kommt jetzt hier rein, wer bereit ist. Und gerne mache ich jetzt mit dir zusammen diese Einschwingung und vielleicht spürst du das schon, wie das hier wirklich reinströmt, wie hier auf dieser Neun der Kelche. Schau mal, das kommt wirklich jetzt wie in Schauern hier rein und das ist auch das. Das wird sich hier auch in meinen Kristallen verankern. Die werden jeden Monat abgedatet durch die Vollmondenergie und eben durch diese pleiadische Frequenzen und aktorianischen Frequenzen und alles, was jetzt mit hier dem Herzen und mit Gaia passiert. Ja, also das ist ganz, ganz spannend. Das sind ganz hoch schwingende Werkzeuge, die uns helfen, uns rein und klar zu halten, uns immer wieder an die guten, höheren Schwingungen anzupassen und vor allem mit Gaia zusammen. Ganz wichtig, mit den Tieren, mit Gaia. Viele Lichtwesen, die uns da auch unterstützen, aus den Zwischenreichen, die sich jetzt wieder auch zeigen und öffnen, verbinden, ja. Also gerne, nimm einen tiefen Atemzug. Du kannst gerne einfach dich fokussieren auf die Kristallkugel, auf die Gaia-Sonnen-Herzlichtkugel oder deine Augen schließen. Atme tief ein und aus. Spüre den Lichtschauer, wie sich alles öffnet, dein Energiefeld sich jetzt anbindet an die höchste göttliche Frequenzenergie mit dem kristallinen Herzen von Gaia, verbunden mit der Kristallsonne Shambalas. Atme ein und aus, Verbindung mit den aktorianischen Mutterschiffen und den pleiadischen Priesterinnen. Andromeda, Kassiopeya, Sirius, Lyra, atme. Öffne, öffne dein Herzchakra und vereine es, vereine es im kristallinen Licht mit Gaia und den höheren Ebenen deines Seins. Lade deine Engelsgruppe und Geistführer ein. Spüre, wie diese Energie Raum nimmt, dich durchlichtet und durchflutet. Glitzernd, prickelnd. Atme hinein. Ich bin in der Einheit geborgen, der Einheit meines göttlichen Seins, angebunden an die höchsten göttlichen Lichtfrequenzen jetzt. Ich bin eins mit Gaia und ich entscheide mich ganz und gar, diesen Weg weiterzugehen, im höchsten Licht, im Herzen zentriert. Atme, spüre weiter diese hohen Frequenzen. Die Engel des grünen und goldenen Strahles. Öffne all deine Aspekte, die Herzaspekte, die Wissensaspekte, um tieferes Verständnis zu bekommen. Ein größeres Bild als das, was du vielleicht im Moment gerade nur siehst hier auf der 3D-Ebene. Verbinde dich weiter in deinem göttlichen Sein. Ich bin, göttlicher Same, Sternensaat. Ich öffne und bitte nun um diese Grals-Energien, Segens-Energien und Gnaden-Energien. Ich danke für all mein Sein. Ich danke für all das Gute. Ich danke für meine Führung. All jene, die mich schützen und begleitend stützen. Ich erhöhe nun meine Lichtfrequenz und erhebe mich über all die Schatten, über all die dunklen Manipulationen. Ich erkenne, ich bin frei. Ich bin klar und stark in mir. Ich bin das gesprochene Wort. Ich bin das gesprochene Licht. Und ich erlaube nun, diesen hohen Energien in mir und um mich herum Raum zu nehmen. Meine DNA und Zellen zu durchfluten, rein zu bleiben, frei zu bleiben, klar zu bleiben. Ich sehe durch all die Illusionen und Verzerrungen, die gerade geschehen hindurch. Ich erkenne das göttliche Licht, das niemals versagt. Ich erkenne den göttlichen Weg für mich und für Gaia, für all jene, die diesen Weg folgen. Ich bin eins im Herzen Gaias, mit mir, mit Gott. Ich stehe stark in diesem Lichtstrom, dieses diamantenen Lichtes. Und empfange alles, was ich nun benötige, wahrhaftig, meinen Weg, meinen Herzensweg weiterzugehen, durch all diese Illusionen. Ich bin ein Werkzeug Gottes hier auf Erden, Licht von Licht, Sternensaat und Erdenmensch. In dieser Inkarnation. Atme. Fühle immer höher, die Vibration. Wie es sich ausdehnt in deinen Aura- und Energiefeldern. Wie es alles dunkle, hinausschwemmt, wo ein klares, reines Licht bist. Ich bin die göttliche Gegenwart hier und jetzt. Das höchste und reinste Licht. Atme. Wie es Gott sich wünscht. Oder die Quelle, es sich wünscht. Atme. Vielleicht spürst du, wie die Sternengeschwister sanft mit dir nun arbeiten. Ich bin die Sternengeschwister sanft mit dir. Nimm nun einen tiefen Atemzug. Lass sich alles verankern. Und du spürst schon, die Energien werden immer feiner, subtiler, tiefgehender. Und je mehr wir uns mit dieser, ich sag mal wirklich neuen Ganzheit verbinden, stehen wir über diesen anderen Agendas und Machenschaften, die nun passieren. Bitte darum, dass dir wirklich mehr auch die Augen und die Sichtweise geöffnet wird, wo es vielleicht dann für dich andere Möglichkeiten gibt, ohne diesen Weg, wo der ein oder andere jetzt gezwungen wird durch diese niederen Ebenen. Bitte schaue hin. Es gibt jetzt für alle und für viele neue Möglichkeiten. Wir müssen nur offen und bereit sein. Es werden sich neue Bereiche bilden, komplett neue Lebensformen. Denn, wie gesagt, es wird bis 2025 sich alles verändern. Komplett, vor allem in Deutschland und auch in anderen Ländern. Wir brauchen ein neues System, wie wir aus dem Herzen leben, agieren können. Und das müssen wir uns erschaffen. Formen, Lebensformen, neue Bereiche, Arbeitsmöglichkeiten, die aus dem Herzen sich manifestieren und leben, frei von diesen niederen Agenden. Ganz wichtig. Und dazu gehören jetzt auch die Pioniere, die diese neuen Lebensformen gründen werden. Vielleicht gehörst du auch dazu. Wunderbar, eine wundervolle Energie. Und deswegen, hab Vertrauen. Bitte bleib standhaft. Arbeite weiter an deinem Weg für dich. Lasst euch bitte nicht beirren. Oder zu etwas zwingen. Es gibt immer, immer, immer auch einen anderen Weg. Und der wird uns gezeigt werden, wenn wir bereit sind. In diesem Sinne kommen wir jetzt hier zu deiner persönlichen Botschaft. Du kannst dir hier einen aus den Monoatomen Andaras wählen. Findest du alles in meinem Shop auf meiner Seite, verlinkt unter dem Video. Divine Red, die Göttlichkeit, die göttliche Liebe, Kraft, Stärke. Es ist der pure rubinrote Strahl, der uns hier geleitet und Kraft schenkt, Mut schenkt, Vitalität auf der energetischen Ebene. Und wir schauen mal rein, was deine Botschaft hier zu dir spricht. Wunderbar, Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Schau mal. Hier haben wir auch so eine Meereselfe oder Meeresengel. Und wir haben hier oben auch wieder die Taube, das göttliche Licht, der Frieden, der Heilige Geist, das Wort Gottes. Auch hier geht es wieder um das Wort. Und ich möchte, bevor ich jetzt zu den anderen Karten komme, einfach mal schauen hier. Und hier geht, hier ist eine Botschaft von Undine, die Wesenheit des Wassers. Ich begrüße dich heute als Undine, eine Wesenheit des Wassers. Ich bringe dir das himmlische Geschenk, fließende Leichtigkeit im Hier und Jetzt. All deine Anspannungen, all deine Starrheit, deine Verdichtungen in deinen Körpern lösen sich und du gibst diese frei. Übergebe sie mir, ich bringe sie in das reinigende Wasser des Lebens. Die Befreiung aus den Kammern deiner Illusionen geschieht in den Wellen der Transformation. In jedem Augenblick wird all die Leichtigkeit im Hier und Jetzt, in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, deinem gesamten Sein wirksam sein. Wunderbar. Hier geht es weiter eben um dieses kristalline Licht, Liebesfrequenz, Energie. Es geht um Gnadenstrahl, der Liebe in dein Licht fällt. Es geht um dein Wahrhaftigsein und alles, was dich da noch hindert oder noch Masken sind oder Illusionen, dürfen sich jetzt auflösen. Öffne dich für die Wahrheit deiner Seele. Sage, öffne dich, ja, ich stimme mit ein, ich bin bereit. All die Erinnerung, all die Erhebung in mein göttliches Sein erwacht in mir, in meiner Zeit, in meiner Kraft, vollzieht sich der Wandel. Beweglichkeit, Leichtigkeit lässt mich durch das Leben tanzen. Und das ist schon eine ganz tolle Botschaft, eben um diese ganze Schwere, diese, ja, wirklich auch negative Energien und Sachen und Dinge, die da jetzt laufen im Außen, umzuwandeln. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Du bekommst hier so hohe göttliche Energien. Und schau mal, die Drachenbotschaft, hier ist wunderbar, kommt das Thema Verlieren. Das heißt nicht, dass du etwas verlierst, sondern hier vereinen sich der schwarze Drache und das weiße Einhorn. Und es sind beides die Lichtbringer, die Lichtbringer, wo jetzt sagen, wo sagen, ja, es ist wichtig. Stehe ein für das, ja, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Beschütze die, wo sich vielleicht nicht selber so schützen können, ja, ob das Tiere, Menschen oder Wesen sind. Ja, vereine das Einhorn und die Drachenenergie, die Drachenenergie der Kraft, des Mutes, der Stärke, der Wandlung. Es ist ja hier der schwarze Drache, wo eben hilft, aufzuräumen mit diesen Schattenenergien, sich auf den Schatten zu stellen. Und das Lichteinhorn hier eben aus den höheren, aus diesen höherdimensionalen Ebenen, die Herzfrequenz, die Reinheit, die Klarheit, beide wirken hier miteinander. Der schwarze Drache, der tief eintaucht und all diese dunklen Ebenen, Frequenzen und Zeitlinien jetzt klärt, transformiert. Und die Einhornenergie, wie hier, diese Leichtigkeit, diesen Frieden, diese Freiheit, Befreiung bringt. Und ja, es ist wichtig, du bist aufgerufen zu wirken für dich, für dein Umfeld, für Gaia, für die Tiere, wie auch immer. Denn es gibt etwas zu verlieren, wenn wir aufgeben oder wenn du die Hoffnung fallen lässt. Gib die Hoffnung nicht auf, du hast stark, also wirklich hier dieses Black and White, genau das Team, wo sich hier vereint, um alles zu schaffen an deiner Seite. Die göttliche Energie, die Frequenz, der Heilige Geist und schau mal, für dich kommt die Konstellation des Hydrus. Das ist die kleine Schlange, die kleine Wasserschlange, das ist das männliche Pendant zu der großen Schlange, zu Hydra. Das ist ja ein Sternbild und hier wird es benannt, das ist die Bayer-Familie-Family. Das heißt nur dieser, ich glaube Johann Bayer hieß er, irgendwann zum 16. oder 17. Jahrhundert, hat er bestimmte Sternbilderkarte kartografiert oder wie man dazu sagt. Und es gibt ja immer einige Astronomen, Astrologen, früher waren das ja alle so zusammen, die eben diese Sternbilder aufgezeichnet haben auf ihren Reisen. Und man spricht dann immer von allen, die, wo eben unter diesen Sternenforschern gefunden wurden, zu einer Familie. Das heißt alle, die sich hier, die Sternbilder, die sich hier in der Umgebung der kleinen Wasserschlange, die eben das männliche Pendant zur großen ist, Hydra. Und hier läuft dann die Milchstraße durch und auf der anderen Seite eben, da ist dann auch Orion und Eridanus, also die große Erdenschlange, ist hier das Pendant. Also aus dieser Konstellation bekommst du Lichtcodes und das heißt ja hier nochmal Wasserelement einerseits und die Schlangenenergie ist ja die Urkraft. Ja, die Urkraft, das hat auch was mit unserer DNA zu tun, mit unseren ganzen Ur-Ur-Ur-Vorfahren, ja, die Urkraft in uns. Und ja, hier passiert was ganz, ganz Wichtiges und die Wasserschlange auch hier wieder, dieses in die Tiefe tauchen, um Dunkles aufzulösen, ja, um zu befreien, um zu klären. Das ist ganz spannend. Also du kannst es ja auch mal für dich einfach mal googeln oder mal schauen. Die kleine Wasserschlange hier, der Hydrus, besteht aus diesen, wie sieht man sie, und diese Sternen. Da kannst du ja dann mal gucken, vielleicht spricht dich der eine oder andere besonders an. Und da bekommst du jetzt in dieser Woche oder in dieser Zeitfrequenz gerade Unterstützung. Das heißt eben, du kannst hier jetzt ganz viel bewirken auch, nicht nur für dich, sondern eben, ich denke, dass du auch ein Berufsfeld hast oder ein Umfeld, wo du ein Lichtbringer bist, wo du aufräumst, wo du eben diese starken Begleiter brauchst, ja, um eben das Licht hineinzubringen. Damit nicht alles verloren geht, ja, damit nicht diese dunklen Wolken von Angst und Depression und Hoffnungslosigkeit und Verlust überhand nehmen. Ja, denke dran, ja, denke dran, Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Wow, eine ganz starke, kraftvolle Botschaft. Und das noch, wie gesagt, mit diesem roten Andara. Wow, wunderbar. Ja, nimm das an und stehe für das ein, was dir wichtig ist, am Herzen liegt und eben auch für diejenigen, für die es gilt jetzt auch, hier parat zu sein und weiterzugehen und, ja, das Licht zu halten und zu bringen und zu befreien, ja, mutig sein. Wow. Aktivieren wir das noch, harmonisieren es. Wunderbar. Marameh sei gesegnet. Ich danke dir für dein Dabei-Sein. Und dann gehen wir weiter hier in die mittlere Botschaft. Wunderschön, Mono-Atom-Andara. Und das sieht man jetzt leider hier nicht so gut. Es ist ein milchig-weiß, also wunderschön glänzend. Und er hat hier unten ein ganz helles Grün, ja, also er ist so zwei Farben. Weiß mit hellem Grün und auch so ein bisschen durchschimmernd leuchtend, ja. Und das ist wirklich pure Engels-Energie, Elfen-Feen-Energie. Und das ist der weiße Strahl und dieser ganz, wirklich ganz, ganz helle, helle Mintgrün hier. Wunderschön. Und das ist sehr stark reinigend, klärend, erhebend, durchlichtend, ja. Also alle, die hier auf dem weißen Strahl arbeiten. Und das sind ja auch die neuen Lichtfrequenzen. Auch hier wie die neuen, diese hellen Grüntöne gibt es ganz viele Grünfrequenzen, die jetzt auch wichtig sind. Ganz, ganz wunderbar. Schauen wir mal rein in deine Botschaft hier, was sich hier zeigt. Ui, und hier geht es auch um die Offenheit. Guck mal. Und hier sind auch wieder Lotusblüten, sieben an der Zahl, sehe ich hier mal. Und die Schwäne. Die Schwäne. Und hier, guck mal, wie ein Auge macht sich der Himmel auf und die Sonne. Und die Schwäne stehen ja auch für ganz, ja, mystische Tiere, die Botschaften schafft dann zwischen den Welten. Und guck mal, auch hier dieses weiß, zarte, hellgrün Himmel und Wasser, also Luft und Wasser hier auch ganz klar. Hier geht es darum, dass du dich jetzt auch öffnest, öffnest für den Weg der Liebe, der Weisheit. Hier kommen auch ganz hohe, auch Initiationen. Also ich denke, wir sind in einer Woche, wo wir sehr starke Lichtcodes erhalten, ja. Vorbereitung für diese Dezember-Tore und Energien. Und hier spricht eine atlantische Priesterin zu dir, Jokara. Lass los alle Vorbehalte, alle Regeln, alle Einschränkungen und Ablehnungen neuem gegenüber. Deine persönlichen Geistführer haben dich berührt und damit in Verbindung gebracht, damit Angst und Widerstand aus deinem Unterbewusstsein, deinen Chakren und feinstofflichen Körpern nun aufsteigen können. Sich erlösen, befreien und geheilt werden, geliebtes Menschenkind. Gib dich hin in die liebende Hände der göttlichen Helfer aus allen Ebenen und Dimensionen. Sie sind für dich bereit, um dir Unterstützung und Anleitung zu schenken, damit Erwachen in deine Göttlichkeit hinein wieder stattfindet. So sei es. Du wirst eingeladen in diesen rosa-weißen Tempel. Wundervoll. Öffne dich jetzt wieder. Da will, guck mal, und wie wunderbar passt dieser Andara da mit hinein. Wirklich hier zu öffnen, diese Verdichtungen jetzt auch. Ob das jetzt aus diesen letzten Zeiten, jetzt Monaten oder Jahr entstanden ist und natürlich auch getriggert, das triggert uns ja ganz stark an all die früheren Inkarnationen und Themen, wo es immer wieder um diese Dunkelheit ging und wieder dieses nach unten fallen die Erde und alles. Und jetzt ist es wichtig, öffne dich, öffne dich wieder. Dein Verständnis für alle Handlungen und menschlichen Situationen, dass sie dir gezeigt werden, verstehen, erlösen, transformieren in bedingungslose Liebe. Das heißt auch, rausgehen aus allen Bewertungen und urteilen. Ich bin bereit in all der Neutralität und Offenheit mich einlassen, mir Neues anschauen, hineinspüren und mich hineinbegeben. Ich möchte Verwandlung in meinem Leben jetzt. Ich bin mir all meiner Schönheit, meiner Ästhetik, meiner göttlichen Kraft, gewahr und liebe sie, Göttin Shakti, Gott Shiva, alles wieder zu integrieren. So ist es. So haben. Sei bereit, wieder zu erstrahlen. Transparenz, Durchlässigkeit. Und das ist der Tempel der Toleranz, des Verständnisses. Also, Yukara, läd dich hier ein. Das ist eine ganz starke Initiation. Wow. Und jetzt schauen wir mal direkt rein, welche Drache. Und ich fasse es nicht. Guck dir das an. Es ist der weiße Drache. Der weiße hier auch mit dem Türkismind. Die Gedanken. Also auch ganz klar hier Bereinigung dieser Muster, die dich hier so gefangen halten oder gefangen halten haben und die dich jetzt wieder so schwer gemacht haben. Jetzt geht es darum, wieder dieses zu durchbrechen, dich zu öffnen. Wow. Mit aller Kraft. Klarheit. Klarheit. Deine Gedanken wieder erheben. Sie erheben sich in dieses Licht. Schönheit, Reinheit, Klarheit. Eine ganz starke Initiation. Ja, also nicht nur Emotionen, sondern besonders auch dein Mentalfeld, dein Gedankenfeld. Alles Dunkel und Schwere. Und interessant ist, du hast das Sternbild des Skorpions. Und das gehört zur Zodiak-Familie. Also das heißt eben zu der Familie unserer Tierkreiszeichen. Also das sind ja unsere nächsten, engeren Sternbilder. Und da gehört ja auch der ganz bekannte Antares dazu. Natürlich auch noch ganz viele andere Sterne, wie man hier sieht. Und das zoomt er nicht, aber du kannst es ja mal googeln. Das Sternbild Skorpion. Und wie gesagt, Antares ist ja hier wichtig. Und was macht Skorpion? Hier geht es ja in die Tiefe. Also hier ist ja auch wieder diese Tiefe der Ahnen und auch Verletzungen und Themen. Also die unerlöste Skorpion-Energie ist ja richtig. Der Stachel, der tief geht, der giftig ist. Aber hier will sich ja auch wieder was befreien, erlösen. Befreie dich auch hier jetzt von all diesen Dunklen. Nicht nur vielleicht von der Ahnenlinie. Auch das, was jetzt aktuell passiert. Was in Verbindung mit früheren Leben und Zeitaltern steht. Das jetzt zu befreien, zu erlösen. Dich nicht in dieser Dunkelheit und in dieser Giftigkeit des Skorpions zu verlieren. Also hier geht es ganz, ganz viel eben. Diese Mauern, die du jetzt vielleicht wieder oder die da um dich wieder sich verfestigt haben. Vielleicht auch aus Angst, aus Schutz jetzt, was alles jetzt passiert ist. Durchbreche es jetzt. Guck mal, der weiße Drache. Wow, dieser hohe Angel-Light, Andara. Und eben hier Jokara, die atlantische Priesterin, die Schwäne, die Lotus-Energie. Ja, es ist wie das Auge Gottes, was hier sich öffnet. Und du befreist jetzt, du klärst, lass los. Ja, ganz wichtig. Die Skorpion ist ja auch die Energie, wo wir transformieren, loslassen. Es geht ja hier auch ums achte Haus im Stern, im Horoskop. Transformation, Wandlung. Ja, und es ist auch das Ahnenhaus natürlich. Das zu befreien, zu durchlichten, aufzusteigen. Wow, das ist so viel Lichtenergie. Nimm sie an, öffne jetzt dein Herz, geh hinein, nimm den weißen Drachen, die weiße Drachen, die Elohims, alle auf dem weißen Strahl. Diese Göttlichkeit, Jokara, der Herztempel. Verbinde dich, geh da hinein und gib alles hinein, was sich hier jetzt so getriggert hat, schwer gemacht hat. Eben, vielleicht auch in der Familie. Skorpion-Thema steht natürlich auch immer mit Familienthemen. Ja, was wir so mittragen oder uns irgendwo Imprints geprintet haben. Ja, darf sich jetzt befreien. Aber eben, er steigt aus der Tiefe immer wieder auf, um jetzt sich zu wandeln, zu transformieren, zu klären. Wow. Auch deine Körper, Chakren. Und dann, dass ich hier wieder alles in reine Gedanken, Hoffnung, Freude, Erkenntnis, Liebe, göttliches Einssein erheben darf, verbinden darf. Und du hast starke Begleiter, also du bist ganz stark mit der Engelwelt verbunden. Und eben die weiße Drachin ist ein ganz starkes Lichtwesen, ja, wo eben Verbindung hat mit Lyra, mit den Andromeda, mit all unseren Sternengeschwistern. Ja, also das ist wirklich der kosmische Drache auch. Wow, das ist Aufstiegsenergie wirklich aus dem Dunkeln, aus den Tiefen jetzt hier aufsteigen, befreien, klären, wieder öffnen. Und da kommt jetzt auch, gehe deinen Weg, ja, du findest jetzt wieder deine Anbindung und diese Kraft und Hoffnung und sei da auch wieder jetzt ein Leitbild, ja, für dich selbst und für andere. Wow, was für eine Kraft. Maramei sei gesegnet, danke, dass auch du dabei warst hier. Wow, was für Energien, wunderschön, kraftvolle Botschaft, ja. Also hier darfst du wirklich, hier darf sich das ganz Wichtigste erlösen, befreien, klären, neu aufsteigen. Schauen wir noch in den absoluten, wundervollen Herz-Sandara von Mount Zasch da. Ganz, ganz selten ist eine Rarität, sage ich jetzt inzwischen schon, das ist ein Pastellrosa, also ein richtig wunderschönes, intensives Rosapink, kommt leider hier in der Kamera wieder nicht so raus, ist wirklich ein richtig schönes Rosa. Und das ist so opak, hat hier auch so wie so ein bisschen so kristalline Schichte und gebändert auch, hat hier so eine zarte Bänderung auch. Und das ist natürlich wirklich das Herz Gottes, die Herzenergie, der Herzöffner, Lady Nada, Charmuel, Venusenergie, Pleiaden, Andromeda, alles verbindet sich hier, all diese Herzzentrierungen, ja. Wunderbar, also das ist auch so ein, ja, nicht nur Herzchakraöffner, sondern natürlich auch hier die Liebe zu sich selbst wiederfinden, Selbstliebe, Annahme, Akzeptanz, aber auch die bedingungslose Liebe, Liebe zu allem, was ist, ja. Ja, ganz, 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 ganz wunderbar und er hilft und unterstützt natürlich auch bei all diesen Herzthematiken, ja, auf der emotionalen Ebene und wir schauen hinein, was hier kommt, boah, auch. Wert sein, na, guck mal, jetzt kann man leider, ah, doch, man sieht es, wert sein, guck mal, die reine, pure Sonne, auch hier wieder das Wasser, die Wasserenergie hier für den Weg direkt nach oben hier, das ist wie die Kristallsonne Shambalas, ich sage, ja, bin ich sehr stark verbunden. Die Kristallsonne Shambalas ist mit den höheren ätherischen Tempeln verbunden und ist installiert schon sehr lange, das ist ja auch der Sitz von Sanat Kumara und all den Lichtmeistern, auch den Lichtschiffen verbunden mit Shambala, aber auch eben mit dieser Kristallsonne von Shambala, die eben wie ein kristallines Installation ist sozusagen, eine Sonne, die mit dem Herzen von Gaia verbunden ist in der Erde und die diese hohen Frequenzen praktisch filtert und verbindet zu Gaia, in die Licht-, in die Gitternetze hinein, aber auch mit uns, mit allem, die hier auf der Erde sind, Tieren, Pflanzen, Menschen, ja, ja, alles. Und das ist Shambala und das ist die Kristallsonne von Shambala und da erhalten wir eben diese praktisch, diese downgeloadeten Frequenzen aus der Zentralsonne und eben aus Plejaden, Andromeda und all den Sternensystemen und auch hier wieder die Kristalle hier im Wasser, also auch hier wieder das Wasser, die Wasserenergie und die reine, pure, ich sage, das Herz, ein Stückchen vom Herzen Gottes, ja, Wert sein, ja, es geht um deinen Wert, eben um die Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Und ich glaube, der gehört auch nicht nur zum Lenker vom Goldenen Strahl, sondern ich glaube, er ist auch inzwischen ein Weltenlenker mit dabei, ne, des Meister Kutumi. Über deine wiedergewonnene Selbstliebe vergleichst du dich selbst nicht mehr, mit nicht zu niemandem. Darüber findest du deinen göttlichen Platz in deinem Leben. Über deine tiefe innere Wiederannahme, dein Wertsein für dich selbst wird auf den äußeren Ebenen in deinem Leben Ruhe, Fülle, Wohlstand, Geborgenheit sich einstellen. Engel auf Erden in einem menschlichen Kleid, so ist es, so Hamm. Ja, Kutumi ist ja auch der Meister, der ganz wichtig für die Tierwelt ist, der ja auch für die Tiere da ist, dass sie auch aufsteigen, auch diese Verbindung Mensch und Tier und viele Heiltechnologien und Heilfrequenzen. Ruhe, Geborgenheit wie innen zu außen, ja, ganz wichtig, dich nicht mehr zu reglementieren, nicht mehr dich selbst zu bewerten, ich mache das falsch, ich hätte das besser machen können, das war nicht gut genug, etc. Ja, schau jetzt auf dich, nimm dir selbst auch jetzt Gewahrsein und Achtsamkeit und Liebe zu dir und mit dir selbst, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, anerkenne dich jetzt, ja. Ja, sage auch zu dir selbst, ja, ich bin bereit, mir erlauben, meine Wertschätzung für mich selbst wieder zu spüren und zu leben. Ich lade Fülle und Wohlstand wieder in mein Leben ein, Geborgenheit, der inneren Ruhe finde ich mich wieder. All die nie angeschauten Programme, die alten negativen, selbsterfüllenden Prophezeiungen, Muster und Gedanken lösen sich auf, können sich erkennen und auflösen. Jetzt ist es wieder Zeit für die Verbundenheit mit dem göttlichen Lichtenfeld der neuen Zeit, meiner Wertschätzung für mich selbst, über mich ergießen in meinem Leben. Große Freude und Dank für Meister Kutumi, bringe ich meine überstrahlende Liebe, mein berührendes Licht nach Hause, in meine Heimat Lemuria, so ist es, so Hamm. Wunderbar, wunderbar, wunderbar und da schauen wir mal direkt rein, Achtung, was ich hier noch zeige, ich fasse es nicht. Boah, ich kriege Gänsehaut pur und jetzt guckst du dir das an. Es ist der rosa-pinkfarbene Drache der Liebe, die reine, also ich kann jetzt wirklich, jetzt bin ich so berührt, ich kriege so eine Gänsehaut jetzt gerade am ganzen Körper. Die pure Liebe, also bitte, 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 bitte nimm das an, arbeite mit den rosa Strahlen, rosa Drachen, gehe in dein Wertsein, öffne dich dieser Liebe, arbeite mit Meister Kutumi und eben all seinen Wesen. Der ist ja auch ein Drachenmeister, ja, das ist ganz wichtig, hier darf jetzt eben auch alte oder jetzt wieder entstandene Herzensmauern, Blockaden fallen. Geh wieder, erkenne dich selbst an in dieser reinen göttlichen Liebe, wie dich auch die Engel und die Lichtwesen sehen. Ja, stell dich bitte nicht mehr so unter deinen Scheffel, ja, und werte dich bitte nicht mehr so ab. Das ist, also, boah, Liebe, 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 öffne dich der Liebe, du bist Liebe, das ist das Reinste. Ja, und dann kommt noch, wow, das ist ein ganz, ja, das ist keine bekannte Sternenkonstellation, die nennt sich Norma. Es ist eine, da ist eine ganze Galaxie mit verbunden, ganz viele, ähm, solche Galaxienebel auch und die gehört zu dieser Lackey-Familie. Also das ist wieder eben Lackey, das steht immer für denjenigen, der, wo diese Sternbilder erforscht hat oder eben aufgezeichnet hat. Und das Winkelmaß, Norma ist das Winkelmaß, das ist ganz spannend. Dieses Sternbild ist genau, also genau durch das Stern, so rum, durch dieses Winkelmaßsternbild läuft die Milchstraße. Also, das heißt immer, dass sie natürlich direkt im Frequenzband unserer Milchstraße liegt und damit ein Kulminationspunkt ist von ganz hohen Lichtcodes. Und nochmal, hier befindet sich, hier befindet sich die Norma-Galaxie, die sich nämlich hier mit unserer Virtio-Galaxie ernährt oder, ja, ernährt. Hier sind ganz viele Planeten, Sternen, Nebel enthalten und eben, das heißt immer, alles, was direkt in Verbindung mit der Milchstraße steht, ist ja die Verbindung innen wie außen. Es ist ja eben der Bogen, das ist ja so diese Verbindung von unserer Galaxie, ja, dann eben schon ein bisschen nach außen mit den anderen Galaxien, also wie so ein Frequenzband. Und da sind eben ganz viele Lichtfrequenzen, die da durch dieses Sternbild, und da gehören noch mehrere dazu, also es liegen ja viele direkt in der Milchstraße in diesem Band, gehören da dazu. Und das ist ganz spannend, das sieht auch tatsächlich aus wie so ein Winkelmaß, also wie so ein Trapez, ja, schau mal. Und da sagt mir auch was von Gleichgewicht, ja, Stabilität, Gleichgewicht, hier will auch etwas zusammengeführt werden, hier will wieder etwas in die Balance gebracht werden. Und wie gesagt, jetzt sind wir ja eben im galaktischen Zentrum dann, der Schütze, also wenn wir durchs Schützezeichen laufen, dann sind wir ja ganz stark mit dem Zentrum verbunden. Und das ist sowieso eine ganz wichtige Zeit, wo wir viele Sternenlichtcodes erhalten. Und deswegen verbinde ich da mal mit, meditiere mal da drauf auf dieses Sternbild, tauche ein in dieses Frequenzband der Milchstraße. Und da geht es eben ganz viel um diese Göttinnenenergien und diese, ja, weibliche Kraft der Liebe. Nimm vielleicht ein rosa Drachen und reise einfach mal mit, reise, mach eine Meditationsreise in dieses Frequenzband hinein, wo du diese Lichtcodes jetzt empfängst, erhältst, die dich unterstützen. Ja, wow. Und das ist ja, und mit dieser, und da bringst du das auch, du bringst dann diese, es fließt hier durch dich in diese Kristallsonne von Shambhala eben, die ja direkt im Herzen mit Gaia verbunden ist, sozusagen. Wow. Ganz, ganz, ganz starke Energie. Und lass alles harte, verletzende los, auch dir selbst gegenüber und geh wieder in diese wunderbare, weiche, liebevolle Frequenz. Guck mal hier, dieses Goldgelb, dieses von zartrosa bis richtig schön pink. Wow. Ganz wunderbar. Und ja, auf jeden Fall auch dich mit der Kristallsonne, du kannst diese Frequenzen, ja, wenn da jetzt was durch dich fließt, soll das auch direkt hier eben in das Herz von Gaia, in die Kristallsonne von Shambhala heruntergeladen werden, und damit sie eben zu uns zur Verfügung steht, ja, für uns alle. Wow. Mara May, sei gesegnet. Danke, dass auch du dabei warst. Ich danke euch allen und wünsche eine gesegnete, lichtvolle Woche und ich sage Tschüss und bis bald. Danke, dass auch du dabei warst.